Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Obstylings-Video. Denn es ist ja so, dass wir jetzt mit der süßen Moon in die Highschool gehen. Und da habe ich halt alle Teenager, die sie zumindest kennt, dass die alle ein bisschen besser aussehen. Denn eben, dass sie halt nicht ganz wilde Outfits tragen, sondern halt einfach passend zu uns. Ja, wie halt Teenager so aussehen. Ich habe halt versucht, möglichst verschiedene Stile und so dann auch daraus zu machen und bla bla bla. Ihr werdet schon sehen, dass die alle sehr unterschiedlich sind. Aber so sind Teenager nun mal. Ja, und ja, also alle, die in Moons Dings waren, also halt alle Teenager, die sie kennt, die habe ich halt umgestylt. Außer die Pre-Made-Townies, weil die sehen ja sowieso alle eigentlich ganz gut aus. Also zumindest haben die ja vernünftige Outfits und so. Deswegen, I don't care. Ja, also es sind teilweise, war es ein bisschen schwierig, irgendwie was zu finden. Was halt wirklich, also nicht zu finden, was denen gefallen könnte, sondern zu finden, ja, was man halt so aus denen machen könnte und so. Weil ich habe schon versucht, halt denen so einen ähnlichen Stil wie vorher zu geben. Einfach, weil ich finde es blöd, wenn die halt dann auf einmal so komplett anders aussehen, wisst ihr. Und wenn man dann halt irgendwie zumindest so ein bisschen daran bleibt, was halt eben auch schon vorher zu sehen war, finde ich das halt einfach cooler. Deswegen ändere ich ja auch nicht immer alles ab, sondern zum Beispiel gefällt mir vielleicht manchmal einfach die Hose, aber das Oberteil gefällt mir dann dazu nicht. Und dann wechsle ich ja auf, dann einfach nur das Oberteil oder sowas. Oder sogar nur die Schuhe, keine Ahnung. Und schaue dann halt noch sowas, ne. Also das kommt dann halt auch immer auf den Sinn dann drauf an. Ähm, ja. Aber das ist halt dann auch ganz individuell, ne. Also ich weiß noch gar nicht so genau, wie das dann jetzt ausschaut. Ähm, mit... Wer dann halt in die Schule dann mitkommt, das werden wir dann ja sehen. Ne, also... Ähm, das ist ja irgendwie ein bisschen random und keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, wer aus der Welt dann halt da hinkommt. Ich glaube, es sind immer 15 Teenager oder so, die dann da hinkommen. Ich bin sehr gespannt, ob unsere Freunde halt irgendwie in irgendeiner Form auch dabei sind. Das wäre natürlich cool. Aber zumindest hat uns Jericho ja auch gefragt, ob wir mit ihm zum Abschlussball gehen würden. Deswegen wäre das ja schon ziemlich cool. Schauen wir mal, wie das dann alles wird, ne. Und ich habe herausgefunden, dass das mit dem, dass sie so lange Teenager ist, dass das irgendwie an NTC und den neuen Einstellungen von... Also von den neuen Alterseinstellungen liegt, weil... EA hat da irgendwie was geändert, damit Teenager halt länger Teenager sind, weil man jetzt ja auch dann länger mit denen spielen möchte wahrscheinlich. Und das könnte halt auch einfach dann an... Entschuldigung. MTC liegen. Und keine Ahnung. Deswegen, ja, ist das dann halt einfach so. Also ich finde es jetzt nicht schlimm oder so, ne. Ich meine, wir lieben ja unsere Moon auch. Und wir freuen uns ja auch alle gemeinsam dann hier zur Highschool zu gehen und so. Deswegen ist das schon in Ordnung. So. Und ja. Genau. Und wenn halt wirklich gar keine unserer Freunde kommen, finde ich das schon ganz schön weird. Das ist halt dann die Frage, lädt man dann halt so eine Mod runter oder so, wo man halt aussuchen kann, wer mit uns in so eine Klasse geht. Weil das ist irgendwie auch möglich. I don't know. Schauen wir mal, wie das dann ist und wie wir das dann haben wollen. Oder halt eben nicht. Weil, ja, es ist halt schon wild teilweise, ne. Aber da muss ich dann halt eben mal schauen, wie es dann letztendlich in der Praxis ausschaut. Das weiß ich nämlich jetzt noch nicht so genau, ne. Also ich habe noch nicht mit dem Highschool-Pack gespielt, selber. Ich habe halt hier und da mal was gesehen an Gameplay. Aber selber habe ich eben noch nichts getan. Da bin ich halt auch schon sehr gespannt. Also irgendwie habe ich halt noch nicht so viel Sims gespielt in letzter Zeit, weil halt irgendwie schon einige Bugs waren, wo ich halt auch irgendwie nicht so Lust drauf hatte. Also privat habe ich halt nicht so viel gespielt, nur halt zum Aufnehmen und so. Weil ich habe halt einfach Angst, meine Spielstände irgendwie kaputt zu machen und so. Deswegen, I don't know. Aber ich war ein bisschen CC shoppen und so. Also wir haben ja auch ein Video dazu gemacht. Und wir haben, also ich habe auch noch so privat halt so das eine oder andere gesehen, wo ich dachte, das ist vielleicht ganz cool. Ja, genau. Also ich habe ein bisschen CC runtergeladen, aber ansonsten, ja, I don't know. Habe ich halt erst Sims 3 gespielt, weil ich da jetzt auch gerade zur Zeit sehr viel Lust drauf habe, weil, ja, keine Ahnung, ich habe da halt eine neue Legacy angefangen. Und wenn man eine neue Legacy hat, dann ist es irgendwie immer, dass man halt irgendwie mehr Lust darauf hat. Oft. Also habe ich zumindest, wenn ich einen neuen Spielstand habe, dann bin ich erst mal so richtig into it. Und dann später wechsle ich dann halt immer mal wieder oder so. Also ich denke so, spätestens dann ab Generation 3 oder so werde ich dann wahrscheinlich Sims 3 auch, werde ich halt auch wieder mal auf Sims 4 steigen und da immer mal wieder ein bisschen hin und her switchen. Also, ne, es ist ja einfach so, dass man halt mal lieber das sah und so. Und ich meine, ich habe jetzt Sims 3 auch wirklich zwei Jahre oder so nicht gespielt. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendwann hatten wir das letzte Sims 3 Video hier. Da habe ich das zuletzt gespielt. Ich habe es dann irgendwie zwei Jahre nicht gespielt oder so, würde ich jetzt schätzen. Und ja, ab jetzt ist es natürlich für mich noch mal ein bisschen was Neues, weil ich meine, zwei Jahre das Spiel, die angefasst haben, ne, ist natürlich dann schon noch mal so, dass man halt noch mal Sachen neu entdeckt und keine Ahnung. Und ja, ne, trotzdem würde ich grundsätzlich sagen, dass mir Sims 4 sogar noch ein bisschen besser gefällt. Ich bin halt einfach ein Sims 4 Stan. Nein, not gonna lie. Deswegen, ja, es ist halt einfach so, dass man halt dann immer wieder hin und her switcht. Das ist ja auch so, Sims 2 mag ich ja, also immer noch mein Lieblingsteil und so. Aber tatsächlich spiele ich ihn gar nicht so am meisten oder so, weil, I don't know, bei Sims 2 ist es halt so, dass wenn man halt irgendwie einen Spielstand hat, so, dass dann halt, man kann ja irgendwie Welten und nicht backupen oder so. Und das finde ich halt so blöd. Also ich hätte am liebsten so 50 Varianten von jeder Stadt, weil ich habe halt einfach Angst, das irgendwie kaputt zu machen und so. Deswegen traue ich mich, glaube ich, einfach nicht, Sims 2 zu spielen. Weil an sich, ich liebe das Spiel und so, aber irgendwie, ja, bin ich halt einfach zu schissrig, I guess. Und, ja, wie man hier auch sieht, ne, Bowie ist ja schwanger, ne, und irgendwer von meinen Freunden war hier noch schwanger. Und I'm sorry, Leute, aber warum seid ihr jetzt Teenager schon alle schwanger? Warum habe ich so viele schwangere Freunde in diesem Spielstand? Das ist schon ein bisschen sehr wild. Not gonna lie. Aber ich akzeptiere das, ne. Kann natürlich auch sein, dass da irgendwas ein bisschen verglitscht ist mit den Einstellungen von MCC oder so. I don't know, dass das jetzt irgendwie ein bisschen extremer ist als sonst mit Story Progression. I don't know. Es kann ja immer sein, dass man irgendwas hier, dass irgendwas clasht und keine Ahnung. Ne, man weiß ja nie. Deswegen, ja, I don't know. Aber meinetwegen sind die dann halt hier nie müders. Das ist, it's fine. Das sind Dinge, die passieren, I guess. Nicht, dass ich das unbedingt krass befürworten würde, aber es sind ja trotzdem Dinge, die passieren, ja. Deswegen, nur weil das, also, das sind halt unsere Freunde und wir supporten natürlich trotzdem. weil, ne, ich meine, wir werden bestimmt, äh, in dem ein oder anderen Let's Play in Zukunft auch mal einen Sim haben, der auch als Teenager vielleicht mal schwanger wird oder so. Vielleicht ja schon in der Lucky Legacy, vielleicht, keine Ahnung, in irgendeinem zukünftigen Let's Play. Okay, man weiß es nicht, ne. Weil früher oder später wird ja die Baby Challenge zum Beispiel auch enden und da werde ich natürlich auch irgendwas Neues für finden wollen. Eine neue Art Let's Play und keine Ahnung, was man daraus da macht, ne. Macht man dann, keine Ahnung, ne Rags to Riches oder so. Und dann, keine Ahnung, also es gibt ja auch ganz viel Zeug, ne, so Runaway Teen und ich habe auch irgendwie gesehen, irgendeine, ähm, Legacy mit allen Sternzeichen oder sowas. Das ist auch mega cool, die Idee. Deswegen, I don't know. Also ich bin da ziemlich offen, werde ich dann auf jeden Fall auch, wenn dann die 100 Baby Challenge mal so langsam zum Ende kommt, ähm, dass ich da halt dann mal so eine Umfrage oder so in irgendeiner Form mache, wo dann halt einfach abbestimmt werden kann, welches Projekt ihr am, liebsten haben wollen würdet dann. Aber so ein bisschen dauert es ja auf jeden Fall noch. Und ich habe auch, ähm, gedacht, dass ich nach dem Sims 2 Let's Play, dass dann vielleicht ein Sims 3 Let's Play kommt, einfach um dann die älteren Sims Teile nochmal so ein bisschen, ähm, ihre Show zu geben, ja. Dass sie nochmal beweisen können, was sie eigentlich können. Und ja, ne, also, weil ich denke, dass das halt ganz cool wäre. schauen wir einfach mal, wie das dann wird. Weil ich hatte dann so gedacht, keine Ahnung, dass man vielleicht, wir werden ja in der, in Sims 2 werden wir ja auch auf jeden Fall ein Kind kriegen, so. Dass man vielleicht dann einfach dieses Kind in Sims 3 oder so dann erstellt und dann damit irgendwie weiterspielt. Das wäre ja schon irgendwie cool. Not gonna lie. Deswegen dachte ich, wäre das vielleicht eine Idee. Aber so genau weiß ich das natürlich auch noch nicht, weil, ja, es ist ja noch ein bisschen hin, ne. Also, Sims 2 soll ja so um die 20 Parts haben und das ist ja auch noch ein Stück weit hin, ne. Weil zur Zeit kommen die Sachen ja nur so alle drei Wochen circa. Ich dachte jetzt, dass ich halt öfter vielleicht auch mal Mittwoch so leicht auch ein Let's Play Part bringe, wenn ich mal nicht weiß, was ich für ein anderes Video bringen soll. Das wäre ja vielleicht eine Idee, damit halt die Parts nicht immer so zehn Jahre dazwischen liegen. Das ist ja auch das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Aber, ja, wir schauen einfach mal, wie das dann in Zukunft dann auch wird. Weil jetzt hat die Schule ja auch wieder begonnen und so. Und klar, bisher kriege ich das alles ganz gut hin. Aber müssen wir dann mal sehen, wie das dann sich jetzt dann in Zukunft zeigt, inwiefern ich das dann auch alles schaffe und so. Aber, also ich denke schon, dass ich zwei Videos die Woche schaffe. Also vielleicht, also ich denke aber nicht, dass es unbedingt mehr werden. Das könnte dann schon wieder ein bisschen schwierig werden. Aber wir schauen einfach mal, wie das dann so ist, ne? Wir kriegen das alles hin, ne? Es wird auf jeden Fall schon so sein, dass es möglichst regelmäßig kommt. Und wenn es halt dann bei dieser drei Wochen Regel bleibt, dann ist es halt einfach so. Es ist dann vielleicht auch ein bisschen schade, aber es ist auch okay, ja? Also, weil, I don't know, irgendwie habe ich dann auch manchmal das Gefühl, dass man so noch gehypter ist. Also zumindest ist es bei mir so, wenn ich dann spiele, wenn ich dann wirklich dann auch drei Wochen oder so nicht gespielt habe, mit dem bestimmten Spielstand, dass ich dann nochmal mehr so into it bin und nicht so, dass so zu einer Routine wird. Ne? Die 100 Baby Challenge lief ja auch ganz, also eine ganze Weile jede Woche und das war natürlich auch total cool und so, aber es war natürlich dann schon in gewisser Weise immer so eine Routine und das war halt dann auch eine Zeit, wo ich dann, wo die Parts dann teilweise auch ein bisschen lang, also kürzer waren einfach, weil ich nicht wusste, was ich da halt jetzt noch kurzartig dann oft dazu sagen soll oder so und das ist natürlich dann auch irgendwie ein bisschen blöd, ne? Weil es ist halt einfach so, wenn du halt dann immer dasselbe machst, gerade die 100 Baby Challenge ist sehr repetitiv, re-repetitiv, mhm, du weißt dann einfach irgendwann nicht mehr, ne? Und wenn da halt diese, wenn da immer so ein bisschen Zeit zwischen ist, dann hat man ja auch vielleicht noch mehr Ideen und vielleicht kam in der Zeit ja auch nochmal irgendwie ein Gameplay Update, was vielleicht uns in irgendeiner Form hilft, dann, dann kann man vielleicht das auch noch regeln und keine Ahnung, um das halt so ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten, ist zumindest das, was mir jetzt halt vor Zeit besser gefällt, wenn da halt so ein bisschen Abstand immer zwischen ist, aber trotzdem sind drei Wochen schon ein bisschen hart, bin ich ehrlich, also finde ich auch selber blöd, wurde mir ja auch geschrieben, dass das halt, ähm, ja, dass man sich halt wünschen würde, dass das vielleicht halt in kürzeren Abständen kommt, weil man teilweise einfach schon vergisst, was denn davor passiert ist und so, das kann ich total wahr verziehen, ähm, ich selber vergesse ja Dinge dann auch, ähm, ist jetzt ja nicht so, dass ich mir alles immer in mein Hirn reinpressen kann, aber, ja, wir kriegen das ja auf jeden Fall hin, irgendwann, also es wird in irgendeiner Form wahrscheinlich schon regelmäßiger werden, wenn ich dann halt auch mittwochs dann ab und zu mal Folgen bringe, es wird aber auf jeden Fall so bleiben, dass es halt dieses Sims 2 100 Baby Challenge Lucky Legacy Sims 2 100 Baby Challenge Lucky Legacy, dass es auf jeden Fall erstmal so bleibt in dieser Reihenfolge, weil ich finde das halt am besten, dass halt, dass, ähm, dass man sich darauf einstellen kann, was das nächste Let's Play Video ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Also fände ich zumindest, also finde ich zumindest am schönsten, äh, nicht dass halt irgendwas so komplett irgendwie in Vergessenheit gerät, fände ich zumindest blöd, weil, ähm, ich liebe alle drei Let's Plays unfassbar sehr, ähm, sind halt alles meine Babys, bin ehrlich. Deswegen, ja, schauen wir einfach mal. Genau, und ich habe irgendwie das Gefühl, ich wiederhole mich die ganze Zeit, deswegen, I'm sorry, Leute. Aber immerhin seht ihr jetzt hier ziemlich coole Sims im Hintergrund die ganze Zeit, ne, weil, also ich finde, die sind schon alle richtig cool geworden und auch sehr, sehr unterschiedlich und I love it. Ich meine, der einen oder anderen werden wahrscheinlich, ja vielleicht sogar gar nicht mehr so viel Platz bei uns finden in unserem Let's Play, also die werden ja vielleicht maximal dann in der Highschool rumlaufen, weil wir werden ja nicht mit, keine Ahnung, wie viele Sims euch umgestylt, bestimmt zehn oder so und, äh, es ist ja schon so, dass man das halt nicht, dass man jetzt nicht mit jedem so viel Kontakte mal haben kann, ne. aber wenn sie wenigstens dann gut gestylt, äh, zur Schule kommen, ist das ja schon cool genug, finde ich. Ähm, ja, wie gesagt, da wissen wir ja nicht, ob die dann auch wirklich die Schule besuchen werden oder ob es halt dann nur hier und da sind, ne, also ich weiß, dass es auf jeden Fall irgendwie so ist, dass die Pre-Made Townies, also halt so diese Molly und so, die in Highschool-Jahre dazu kamen, dass die auf jeden Fall irgendwie gespawnt werden, aber das sehen wir dann, I guess, also ich fände es jetzt nicht schlimm, weil wir kennen die ja auch schon, wir haben die ja auch eingeladen und so, ähm, aber ja, das wird dann ja spätestens ab der nächsten Generation dann ja wieder auch anders sein, weil diese Pre-Made Townies dann ja auch gar nicht mehr mehr da sind, weil die dann ja auch alter werden und so, dann werden ja nur noch generierte Townies da sein, das wird dann natürlich vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter werden, aber das sehen wir dann, denke ich, aber bis zur nächsten Generation dauert es ja auch noch eine Weile, ne, ähm, ich meine ja, Moon ist jetzt Teenagerin, aber bis sie erwachsener wird, dauert es ja noch ein bisschen und selbst dann muss sie ja auch erst mal noch dann Kinder kriegen, etc., etc., das dauert alles noch ein kleines Malchen, ja, wir gehen das hier langsam an, ne, wir wollen ja auch hier unsere Geschichten erzählen und demnach machen wir uns da gar keinen Stress. Das war jetzt aber auch das Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, bis dahin und Tschüss. 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 Peace.